Hi ihr Lieben, Armin Zadeh hier. Ich bin hier in Ulm. Hier vorne ist das Ulmer Synagoge, hier an Davidsstern, an der Fassade. Ich habe schon mal mehrere Videos darüber gedreht, wo ich nah dran war. Und hier etwas zurück, damit man von diesem Winkel auch besser sehen kann. Und zwar hier ist der höchste Kirchenturm der Welt. Das ist die Ulmer Münster. Also das ist der höchste Kirchenturm der Welt, Ulmer Münster. Und unmittelbar ist hier die Ulmer Synagoge. Richtig schön. Wir haben blauer Himmel heute. Richtig phänomenal, richtig schön. Und hier da drüben ist auch der erste Stern zu sehen. Wolkenfrei. Und hier sieht man auch Gebäude. Die umherum von der Synagoge ist. Ich habe schon mal, wie ich schon gesagt hatte, hat er mehrere Videos darüber gedreht. Und was wirklich sehr phänomenal ist, ist die Kirche. Also der höchste Kirchenturm der Welt. Das ist die Ulmer Münster und hier die Ulmer Synagoge. Gestern war auch die Holocaust-Tag, Gedenktag, internationale Gedenktag. So ihr Lieben, bleibt gesund, seid immer positiv. Und alles, was ihr tut, muss von innen kommen, mein Lieben. Vollem Geist, Seele und Herz. Es bringt nichts, wenn man das Ganze schön verpackt und so hoch präsentiert, nur in einem Tag. Sondern das muss Leidenschaft sein. Muss von innen einfach kommen. So ihr Lieben, bleibt gesund. Euer Amin Zadeh. Bis dann.